Michael Bordt – Die Kunst, sich selbst auszuhalten Gelesen von Michael Bordt Eine Produktion von Bonvois Hörbuchverlag Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Oedin von Horvath Innere Freiheit Dies ist ein Buch über die innere Freiheit, über die Freiheit und den Mut, sein eigenes Leben zu führen und nicht das Leben, das andere von uns erwarten. Wir werden sehen, die größten Hindernisse auf dem Weg zur inneren Freiheit sind nicht die äußeren Umstände, in denen wir leben. Diese machen uns vielleicht manchmal das Leben schwer, aber sie berauben uns nicht, unsere inneren Freiheit. Das größte Hindernis vor der inneren Freiheit sind wir selbst. Das bedeutet aber auch, wir selbst sind es, die den Schlüssel zu einem freien, selbstbestimmten Leben in der Hand haben. So attraktiv uns dieses selbstbestimmte Leben zunächst erscheinen mag, so sehr scheuen wir uns doch manchmal, die ersten Schritte dazu zu tun. Denn um innerlich frei zu werden, muss man sich selbst kennenlernen wollen. Und das wollen wir oft lieber nicht. Um der Auseinandersetzung mit uns selbst aus dem Weg zu gehen, haben wir viele Fluchtmöglichkeiten entwickelt. Ein Termin jagt die nächsten, wir simsen, shoppen, planen unsere Reisen, werkeln herum, sitzen vor dem Fernseher oder verschwinden in den unendlichen Weiten des Internets. Wer aber mit sich selbst vertraut ist, wer gelernt hat, sich selbst und damit alles auszuhalten, was an Spannungen, Aggressionen, Fragen, Sorgen und Ängsten in einem ist, der braucht nicht mehr vor sich zu fliehen. Der ist innerlich frei. Der reagiert nicht mehr einfach bloß, getrieben von seinen inneren Spannungen, Denn er kann agieren. Wer innerlich frei ist, kann handeln, als freier Herr seiner selbst. Davon handelt dieses Buch.